So, jetzt ist halt echt die Frage, ob ich jetzt alle vier Prüfungen habe. Das werde ich gleich wissen. Was ist das? Aha. Eine Blume. Ja, das ist das Masterschwert, was ich nicht ziehen kann. Äh, wo ist denn der komische Typ? Was liegt da? Oh, Vogelnuss. Okay, cool. Da ist er. Da. Was, schon alle Prüfungen geschafft? Ho, 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 nicht übel. Gar nicht übel. Jetzt wird es ja wohl nicht mehr lange dauern, bis du das Masterschwert aus seinem Zockel ziehen kannst. Beeil dich, wir können es kaum erwarten. Hey, was schaust du so? Willst du eine Belohnung, weil du alle Prüfungen bestanden hast? Ja, klar. Dann werde ich dir wohl meinen Schatz überlassen müssen. Maxi-Edel-Drüffel mal drei. Dein Ernst. Versuch's mal etwas mit einem Maxi-Edel-Drüffel zu kochen. Was Gesünderes gibt's nicht. Du spürst direkt, dass du viel mehr Energie als sonst hast. Das ist kein Scherz. Probier's selbst aus, wenn du mir nicht glaubst. Die Prüfung der Kroks geschafft. Okay. Dann werden wir halt googeln, wo es die Maske gibt. So, warte. Google dein Freund und Helfer. The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Krok-Maske. Vielleicht einer, der es mir beschreibt. Ja, das hab ich schon gelesen. Fundort der Krok-Master. Habt ihr den Wald der Kroks bereits entdeckt, müsstet ihr die ersten Schritte innerhalb der verlorenen Wälder erneut abschreiten. Folgt den Laternen und orientiert euch an ihrem Feuer. Lauft in die Richtung, in die ihre Flammen wehen, bis ihr an zwei sich gegenüberstehenden Laternen gelangt. An eine davon lehnt eine Fackel. Äh, im Grunde ist es gar nicht schwer. Achso, der erklärt jetzt den Weg zu dem Krok. Nur ein bisschen nur noch ins geöffnete Maul... Nee. Im Grunde ist es gar nicht schwer. Er lauft von den zwei Laternen aus nach Süden, in Richtung des Flusses. Kurz bevor er diesen erreicht, stoßt er auf einen auffällig großen Baum. In dessen Inneren befindet sich die gesuchte Truhe. Aha. Das heißt, er muss also zurück zum Eingang. Okay. Werde ich irgendwie hinkriegen. Oder auch nicht. Hä? Hat YouTube jetzt schon wieder das Video gekriegt? Einer hat er nicht. Okay. Ich glaube, YouTube hat schon wieder den Stream geteilt. Nicht dein Ernst. Alter, YouTube, ich könnte kotzen. Warum machst du das? Warum machst du das? Amen. Ja, YouTube hat die Stream-Schelle geteilt. Einfach nur ätzend. Gut, dann muss ich halt was nachhochladen. Äh. So, warte. Also, wir müssen zum Eingang. two und 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 und